Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich bin gerade ein bisschen planlos. Ich weiß, letztes Mal hatte ich extrem Hunger und habe aufgehört. Das war ein Fehler. Ich weiß gar nicht mehr, wo... Ich wusste, dass wir in der Höhle sind, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir langen müssen. Ich glaube, da oben, ne? War der da? Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Schläft der? Mal wecken. Ohne ist leise hier, ne? Ich bin auch im Tauchanzug. Was? Ablegen. So. Ich weiß echt nicht mehr, was er... Ich habe echt jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Voll der Fehler. Bin gerade voll raus. Ihr habt jetzt einen Vorteil, wenn ihr nicht wisst, wie es weiter... Was letztes Mal passiert ist, ihr könnt ja einfach zurückspulen. Oder habe ich das andere Video ansehen. Scheiße. Ähm. Ja, wir sind hier, glaube ich, richtig. Aber die Höhle sieht auf jeden Fall anders aus. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon erwähnt. Cool ist auch der Effekt vom Licht da, ne? Also da wirkt jetzt roter Boden. Komme ich da hin, ist ganz normal. Ich glaube, das ist nicht normal, oder? Ja, die Steinstruktur scheint auch nicht normal zu sein. Mal, bevor wir weiterlaufen. Was? Was haben wir hier? Ja. Peter, Munition. Ich hätte es schon. Kombinieren. Kommen wir ein paar normale Pfeile machen. Ein paar Stöcker heben wir uns nochmal auf. Na gut, einmal machen wir noch. Oh, ne. Äh, ne. Stock mit Bogen wollte ich jetzt nicht kombinieren. So. Dann ziehen wir uns nochmal eine Mutantenhaut rüber. Zack. Essen. Wasser. Fleisch ist schon weg. Gut, geht's weiter. Äh. Hä? Jetzt müssen wir noch mehr ein Bild. Toll, mein Junge. Toll, hast du gut gemacht. Malz wie ein vierjähriges Kind, ey. Aber das ist ja wohl der Hammer. Wer soll das denn gebaut haben? Ist das denn Versuchsinsel oder sowas? Bin ich, bin ich hier in einem Experiment oder so? Oh, das Licht flackert gerade echt doof bei mir auf dem Bildschirm. Aber bei der Aufnahme sieht es gut normal aus. Okay. Verschlossen. Ich bin jetzt den ganzen verfickten Weg hierher gelaufen und komme da nicht durch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Auch eine Keycard bestimmt oder so ein Scheiße. Wie auf dem Schiff? Heinrich ist enttäuscht. Heinrich ist wütend. Scheiße im Dreck. Eine Sache will ich mal kurz testen. Normaler Pfeil. Okay. Okay. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht ist das ein Rätsel, dass wir vielleicht die Sachen da kaputtschießen müssen. Dann reinkommen. Wie sieht es denn aus? Machen wir mal die klassische Methode. Äh, äh, äh. Ne. Das ist alles, das hilft nicht. Wir brauchen echt so eine verfickte scheiß Keycard. Mann, hätte ich das gleich gewusst. Ja, also, ähm. Auf dieser Insel stimmt irgendwas ganz, ganz gewaltig nicht. Komm, das war ja kein Fünf-Minuten-Weg, oder? Ach, jetzt wieder raus. Ihr merkt meine Enttäuschung. Und woher soll ich jetzt wissen, wo ich so eine verfickte scheiß Keycard finde? Oh, ein Tauchanzug zieht automatisch an. Der kann im Wasser laufen, oder was? Wird's mich verarschen? Ja, komm her. Schnuckel. Wollen wir bitte wieder ablegen? Wollen wir Licht anmachen? Alter, bist du? Das schlingt wie eine kleine Ratte. Ich bin zu froh, dass ich gerade schlecht gelaunt bin. Wo sind wir denn hier hochgekommen? Weiß es echt nicht mehr. Ah, doch. An diesem Rettungsring da kann ich mich erinnern. Wer ist da rechts? Scheiße. An diesen Rettungsring kann ich mich erinnern. Nur so ein komischer Licht-Effekt. Waren wir hier in der Ecke? Nee, war mal nicht. Vielleicht gibt's hier irgendwie einen Weg, wo wir... Ich dunkel hier. Wollen wir auch wieder zu diesem Raum? Ja, wir sind nicht alleine. Wollen wir auch wieder zu diesem Raum? Komm. Ich bin zu dunkel zum Lahr. Okay, ist tot. Ah, Snacks. Ich kann Snacks gebrauchen. Ah, Dosen eher weniger. Ah, diese Scheiß-Keycard, ey. Da dachten sich die Entwickler auch so... Oh, wir lassen den mal hier in der Höhle laufen. Stundenlang und dann kommt er nicht weiter, weil er eine Keycard braucht. Erstmal kann er stundenlang hier rumlaufen. Aber der Abschnitt scheint neu zu sein. Dann gehen wir mal weiter. Wenn meine Keycard... ...lein ein Pfeil wieder bekommt. Wo ist die Keycard? Da ist auf jeden Fall mein Kaffee. Lecker. Ich habe nur vier Snacks. Also ich brauche langsam mal was zu... Oh, dann. Also auf der Karte sieht es so aus, dass wir noch nicht da waren. Aber irgendwie... Aber die Höhlen sehen ja auch alle gleich aus, ne? Also... Wo ist die Keycard, Jungs? Gibt mir die Keycard. Nicht hoch. Okay, ich komme da irgendwie runter. Wie komme ich da hoch? Na gut. Dann gehen wir hier erstmal runter, damit uns ja nicht die Hände oder die Beine brechen. Und down. Und down. Das war schon fast scheiße. Ja, wenn es jetzt hier einen Ausgang gibt, dann rase ich vor Wut. Ich will nach... Ich will diese Keycard haben und keinen Ausgang finden. Oh, Knochen. Aha. Wie sieht es hier aus nach Tauf-Action? Ich will hier nichts in der Ecke. Das hier auch keine Pilze wachsen in den Höhlen. Wie man sie mal nebenbei weg schnabulieren kann. Hey, sieht es ja auch so aus, als ob die immer waren. Bei diesen Tropfgeräuschen... ...müsste ich schon wieder pissen. Wird mal aufzutropfen. Oh. Ja, hi. Hi. So, kann ich nicht einsammeln? Wie reizt, komm. Ich hab Hunger. Müssen wir was essen. Ich glaube, ich werde das erste Mal jetzt... ...gleich... ...vom netten Kannibal nebenan schnabulieren. Hm, was ist wohl besser? Arm oder Bein? Immer mal Bein. Ah, wir können nur zwei Arme... ...ich will den Kopf vielleicht haben. Danke. Böp. Hä? Habe ich hier gerade einen Stein kaputtgeschlagen? Oder ist das runtergefallen? Okay. Und jetzt essen wir das erste Mal Kannibalen gleich. Lecker. Hm. Habt ihr nicht so. Wir haben nichts zu essen. Dann nochmal Händchen. Und wenn wir dich schon mal hier... ...wenn wir schon ein Feuer haben... ...dann braten wir uns hier nochmal... ...den restlichen Torso... ...für ein paar Knochen. Geil, ist hier irgendwie was eingestürzt. Das war eigentlich nicht... ...ich hab auch kein Geräusch gehört. Aber nur gut. Dann trinken wir nochmal ein Schlückchen. Dann trinke ich in Real Life ein Schlückchen. Spür mal ein bisschen Kopfbasketball. Düp, 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 düp Achtung, Mikro. So. Sitzt wieder. Da könnte man mal kurz tauchen, aber... Also wir laufen nicht in irgendeine Richtung. Wir laufen irgendwo anders hin. Ich ahne schon wo, ne? Ey, bitte nicht da in der Mitte. Bei der großen Schlucht. Warum sammeln die immer Köpfe? Können die mal hier einfach mal Knochen hinlegen? Oh, scheiße. Hier waren wir schon, ne? Eigentlich waren wir hier noch nicht. Aber ist ja schon ein Feuerchen. Ist ja nett. Oh, hier ist ja ein Verbranter. Und hier geht's wieder ab ins Wasserchen. Ach, jetzt zieht aber nicht automatisch den Tauchanzug an oder was? Das ist noch netter. Ja, mir ist kalt. Alles gut. Gut. Ist aber tief runter. Ah, sieht auch nicht natürlich aus, das Loch hier. Ah, die Bretter weisen uns wieder den Weg. Nette Bretter auf jeden Fall. Okay. Okay, hier gezogen. Da gezogen. Okay. Da ist Licht. Oh nein. 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 Scheißen Dreck, ey. Oh, kackt die Wand an. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie ich hier rausgekommen bin. Und ich friere mir erstmal einen Ast ab. Oh, ist das ein Scheiß. Ja klar, die Höhlen sind miteinander verbunden. Voll. Also ich weiß gar nicht, wo wir reingegangen sind das letzte Mal. Ich wollte ja hier nach und nach die Höhlen durchkämmen. Das ist ja alles okay. Aber bin ich nicht reingegangen letztes Mal. Da ist ja nördlich nochmal angefangen und dann wahrscheinlich da die linke. Ich weiß das echt nicht mehr. So, das nächste Problem, was ich habe, ist vier Snacks und einen langen Weg hier weg. Ich hoffe, die Mutanten spawnen nicht mehr. Wenn man sie mal gekillt hat. Das würde mich auch richtig abfacken. Ey Junge, wir brauchen gerade kein Licht, aber wie komme ich hier raus? Das ist natürlich der beschissenste Ausgang, den man je haben könnte. Ja, ich weiß hier vorne rechts kam er rein damals. Ja gut, für die, die die Folge vielleicht nicht gesehen haben, hier liegt der Helikopter. Das ist ein Stock. Ist mein Gegenstand gerade? Na ja. Ich war ja auch damals ein bisschen enttäuscht, da liegt ein Helikopter und keine Ausrüstung, nichts. Nichts, was man gebrauchen kann. Einfach nur ein kaputter, verfickter, scheiß Helikopter. Aber so von unten sieht es echt nett aus. Ja, da war die Höhle. Die Höhle führt nach Norden, glaube ich. Juhu. Ich will nicht noch ein Beinchen essen. Was sagt denn unser Büchlein überhaupt? Sind wir mittlerweile irre? Haben wir zu viel Beinchen gegessen? Geistige Gesundheit, 4%. Das heißt, wir sind quasi verrückt. Aber haben keine Bedingungen. Also, wir scheinen schon ein paar Schrauben locker zu haben. Na gut, wir haben jetzt Kannibalfleisch gegessen. Hier mache ich mal wieder Licht an. Obwohl es eigentlich recht hell wirkt. Ja, gehen wir da durch. Die glibbe Hand. Jetzt ist es auf einmal dunkel. Ist ja geil. Außen war es hell, jetzt ist es dunkel. Mal wieder an da. So, laufen wir mal ein bisschen durch. Aber Laufen verbraucht wieder Kalorien. Und dann verbrauchen wir wieder Hunger. Ah, hier dachte ich, dass... Damals dachte ich, als wir hier lang gelaufen sind, zu Endgegner. Das hat damals so gewirkt, aber... Hä, da hatte ich doch schon komplett. Ja? Ja? Ja, den hatte ich schon komplett. Na gut, jetzt habe ich noch Reservebeinchen oder was? Ja, das kann ich jetzt kombinieren. Achso. Ich bin ein guter Vater. Ja, und ne? Kann ich zwei Spielzeuge von Team Media... Ah, toll. Ich habe aber nur eins. Wo ist das andere Bein jetzt? Ah, Lagerfeuer bleiben liegen. Das ist schon mal praktisch. Ich will doch nur raus. Ich bin schon mal froh, dass wir ganzen Kannibalen nicht respawnen. Das würde mich echt nerven. Ich überlege gerade, wo kommt man da eher raus? Einfach geradeaus weiter. Ah, ihr mit euren scheiß T-Shirts immer. Okay, hier geht es nicht weiter. Kann es aber auch nicht richtig sein. Hier geht es wieder tiefer. Ah, ich kann mich an die Geschichte erinnern. Hier waren zwei Kannibalen. Und hier war das Thema immer erfrieren. Jetzt mal runter. Da rüber. Und komm, wir gehen einfach rüber. Jupp, mir ist kalt. Eigentlich hier ein paar Stöckchen. Das ist ganz gut. Dann ziehe ich dich aus und benutze mal eine Druckflasche. Ach nee, Hackeball? Ach, ich habe die Pistole damals ausgerüstet, damit ich dachte, Endgegner oder so. Dann könnte man das vielleicht benutzen. Hier ein Köpfchen. Ich wollte eigentlich das Stöckchen mitnehmen. So. Großer Raum, großer Raum. Hilft nix. Wir müssen mal kurz ein Lagerfeuerchen bauen. Ähm. Hallo? Ach, das war ja diese Matsche-Scheiße. Das war ja auf dem Matsche-Boden. Kannst das ja knicken. Der Keycard. Äh, Keycard. Mit dem Lagerfeuer. Ja. Wir müssen da weiter. Oh. Okay. Ich gehe mal kurz hoch. Machen wir da oben uns ein Lagerfeuer an. Da drüben noch eins. Ich nicht. Also doch hier. Ganz vergessen auf diesem Matsche-Boden. Geht das ja nicht. Da kann man wieder tiefer tauchen. Oh. Ich will nicht tiefer. Ich will einfach nur raus. So. Weiter. Etwas. Wohin. Ich will nicht da. Wohin. Hallo? Halt. Alles leere Kisten, glaube ich. Ja, wir sind verrot. Voll nicht lange. Dynamit. Kann ich auch nicht mehr nehmen. Ach, nee. Ich weiß, wir sind falsch gegangen. Oh, ich habe hier früher auch schon gekämpft. Oder gibt es hier ein Symbol zum in die Luft jagen? Das wäre natürlich nice. Weil da war ja gerade Dynamit. Könnte ja echt sein. Das sieht auch verschüttet aus, ne? Mal so auf der Karte gucken. Dahinter geht es weiter. Aber kein Symbol für Dynamit. Schade. Schade, schade, schade. Ah, hier gab es auch nichts. Das habe ich damals auch geguckt. Scheiß Sackgasse. Ah, alte Munition noch gefunden. Das ist doch auch nett. Ach, das ärgert mich. Ich wollte euch was Neues zeigen und nicht hier was Altes. Verdammt. Aber wenn wir gerade nur Miet haben, testen wir es doch einfach mal. Haben wir ja nichts zu verlieren. Nö. Bringt nichts. Haben es getestet. Zack, hier eine neue Stange. Und ja. Müssen wir doch tiefer tauchen, ne? Tolle Wurst. Aber bin ich schon mal erwischt worden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich überlege gerade, einfach mich zu töten, ey. Kommt man ja ganz schnell raus. Aber ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, wir kommen hier nur zweimal oder zweimal dürfen wir im Spiel nur sterben quasi. Als ich das erste Mal getestet habe, bin ich das erste Mal schnell erwischt worden. Und, ähm, ja. Am zweiten Mal ist es dann game over. Darum gebe ich mir quasi Mühe, dass wir nicht erwischt werden. Uns ist kalt. Ah, Tupen nehme ich mit. Aber ich glaube, hier geht es auch nicht weiter. Hanno. Hä? Wir fangen doch da raus? Das raffe ich gerade nicht. Oder geht es hier nicht weiter? Wir sind ja komplett umsonst wahrscheinlich reingeschwommen. Dann wieder zurück. Also auch dieser Tauchweg war völlig umsonst. Also wenn ihr noch wisst, in welcher Hülle ich reingegangen bin, geht da nicht ohne die Keycard rein. So, hier haben wir wieder Matscheboden. Das ist schon mal scheiße. So was kommt davon, wenn man sich denkt, hey, ich habe mal Bock, wieder The Forest zu spielen. Ich mache mal eine Aufnahme für euch. Zack, einfach anmachen. Zack und dann keine Keycard. Das ärgert mich. Also wieder zurück. Na, jetzt bin ich komplett verpeilt. Wenn es da hinten nicht weiter geht, wie komme ich denn hier weiter, verdammt? Wie ging es da auch nicht weiter? Hier ist doch Weg noch zu. Wollt ihr mich verarschen? Ah ne, hier müssen wir jetzt in großen Raum. Hier? Ne, hier ist falsch. Ich kann diesen Plan nicht verstehen. Wo bin ich denn jetzt in der Ebene drunter? Warte mal. Da kam er doch gerade. Da hinten ging es doch nicht weiter. Oder bin ich jetzt in der Schucke? Dann müssen wir den langen Weg nach Norden nehmen. Hier weiter. Hier weiter. hier ist ne Mauer, hier hauen wir erstmal durch okay, hier hatten wir uns damals ne Lagerfeuer gemacht oder hier war schon eins ah, Schokoladenriegel die findet man viel zu selten, finde ich Getränke findet man massig aber diese Schokoriegel das nächste Mal werden wir in eine Höhle gehen egal in welcher wir werden erstmal massiv erstmal Fleisch mitnehmen da werde ich den ganzen Tag jagen alles jagen, drei Kaninchen, drei Fische drei Warane, alles alles mitnehmen das frisst er so schnell weg hier ich glaube ich weiß wo wir sind das war das Safe Point Scheiße, 35 oder? jetzt bin ich komplett durcheinander ich bin hier komplett durcheinander weiß was ich, wo das hier ist das kann nicht das Safe Point sein mach Sinn ich will doch nur raus, ich werde ja schon irgendwie live eure ich will doch nur raus druckluftflasche, jawoll brauchen wir wieder so ähm genug da ist wieder ein Guckloch das heißt da geht's nicht weiter geht's hier weiter ich will nur raus ich will nur raus nein, ich bin immer noch in einer verfickten Höhle hier ist kein Ausgang ach, leck mich doch du kannst mich ah das kann ich mich erinnern zack mal wieder hier extrem laut ja jetzt kann ich mich erinnern hier geht's absolut berghoch finde was zu essen ja kann Pause machen alter Schwede passt auf die Keycard also ich werde die jetzt nicht einfach suchen weil ich nicht weiß wo die ist ich lese das nach wo diese verfickte Keycard ist und ich wette mit euch die sind in irgendeiner Höhle ich wette es naja das kennen wir ja schon alles ähm ich sehe auch schon das Video geht wieder viel zu lang ich werde es hochladen obwohl ich euch nichts Neues gezeigt habe aber könnt ihr mal sehen erstens die Tunnel sind miteinander vernetzt zweitens man braucht eine Keycard drittens man kommt ohne Futter nicht weit viertens man braucht eine Keycard vielleicht unterhält es euch weil ich mich die ganze Zeit aufrege aber so ein bisschen bin ich auch selber schuld weil ich will nicht essen und ähm keine Keycards ne man muss doch vorher denken hey Alter wenn du in die Höhle gehst da brauchst du eine Keycard ne weil die äh kannibalen die haben natürlich mechanische Türen ne die sich nur mit Keycard öffnen lassen ist ja wohl klar pass auf das ist so ein Kannibalenzentrum wir suchen hier das ist so so das Ende bestimmt wir finden dann eine Keycard öffnet das und dann sehen wir dann unser Sohn der in so einem Labor sitzt ganz normal von Leuten getüttelt wird und dann sind das alles normale Menschen quasi bloß halt fressen Menschenfleisch gucken nebenbei diese Scheiße hier was ist denn da ach so so ein Fitness-Tracker ah oh warte mal eine Sache will ich noch testen wir haben einen Tennisschläger ach ne das geht echt nicht ich glaube wir können damit einen Aufschlag machen so ein Spiel nein das ist ein Kofus geil gut ich werde erstmal einen Break machen ich werde hier rauslaufen ihr habt ja schon lange genug gesehen und mir rumgeheult dass ich hier ähm mich verirrt habe ein Hauch zu viel Alkohol und ja nächstes Mal heißt die Mission Keycard bis zum nächsten Mal haut rein ciao